Hallihallo Leute, Willkommen zurück. Wir haben es geschafft, wir haben den Aqualit eingepackt und können das Spiel jetzt abenden. Währenddessen fragen wir uns natürlich, was es bedeutet in Starshaper zu sein und was Avalon mit der Eclipse plant bzw. mit der Sonnenfinstern ist. Und ja, ich habe mir in der Zwischenzeit noch ein paar Pfirsichringe hier hingelegt. Boah, ich liebe Pfirsichringe. Und, we have to get the garbage down, stimmt ja. Und da da da, pull the lever, the wrong lever grunk. Und ja, ich habe Wasser, Pfirsichringe, ich bin glücklich. Auch wenn ich jetzt den Vollzeitpass gesagt habe, ich bin müde, aber ein bisschen aufnehmen, ein bisschen essen, zu trinken. Und schon bin ich aufgewärmt. Die Tür lässt sich immer noch öffnen. Und kann jetzt auch weitermachen, so. Ein Aqualit in unserer Tasche. Oh! Das ist nur für dass man nicht toucht, dass man nicht toucht, dass man nicht toucht. Ja gut, jetzt lassen wir uns durch. Ich frage mich, wieso? Wir haben doch nichts gemacht. Und vor allem, die wundern sich nicht, dass wir rauskommen, obwohl wir offiziell nie reingekommen sind. Hallo Nils! Hey! Und ja. Äh, was können wir machen? Wir können hier ein bisschen shoppen gehen. Ich brauche, glaube ich, ein paar Zutaten. Mhm. Das Helm ist vorbei. 2,8. Ja, weil ich schlaß, ich mache das alles jetzt auf 10 hoch. Und das Geld habe ich ja. Und ein bisschen was dabei zu haben, ist immer gut. Vor allem zu bestimmten Zeiten, die jetzt aktuell bei der Welt rumgehen. Also, ja, sprich Corona-Virus. Das ist schon fast die, ähm... Wie vierte Woche ist denn das jetzt? Die zweite... Also, vor zwei Wochen ist es bekannt gegeben und seit... Ne. Ist länger bekannt, dass es den Virus gibt, aber seit zwei Wochen schieben die Leute Panik. haben da... Also, letzte Woche war es doch im Laden halbwegs human. Aber... Hm... Als ich jetzt heute im Einkaufen war, da war es wirklich so, du konntest kein Klopapier kaufen und kein Küchenpapier. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden... Was bauen die Leute so viel Klopapier? Hm... Da, 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 da... Hier brauche ich nichts davon. Wobei, ich kann hier auch ein bisschen kombinieren. Combine Tool... Ah... Stimmt, ich kann ja nur das eine hier kombinieren. Ja, aber... Biel Powder... Hier... 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 Okay, kann ich... Eins... Ja, ich denke mal, ich kann hier alles um eins immer verbessern, aber... Tools zu verbessern... Hm... Vielleicht die, die die Werte dauerhaft erhöhen. Aber die hebe ich mir noch auf. Ich meine, wenn ich da dann schon nochmal zurückgehe... Wir müssen ja... Wir sind ja hier nicht beim Camp... Wir müssen wirklich... Zu einem entsprechenden Shop gehen... Zum auch mal kombinieren zu können. Wenn ich hier das machen... Da werde ich das Maximum Charisma... Und hier... Also Leaf und Fruit... Also ich denke mal, das wird die Werte dann noch höher erhöhen. Also noch mehr erhöhen. Deswegen werde ich die jetzt erst mal beibehalten, ne? So... Und dann... Werde ich mal schauen... Wo der Accessoireshop ist. Hm... Dublin Coin für 40.000... Ähm... Ich glaube, ich habe nur 10.000... Ah... Hier... Lass... Ich change my mind. I can buy it. Äh... Ich kann die sogar kaufen, okay. Äh... So sind die Amulette... Okay... Aber hier kann ich dann... Oh mein... Accessoire... Äh... So... Muss ich mal schauen... Kamikaze möchte ich gerne weg haben... Also das hier... Remove... Antibus... 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 Ja... Ich... Würde ich immer alles mal entfernen... Hm... Außer... Ja gut... Entfernen wir mal... Äh... Das ist auch... Job Charm... Und jetzt wo sie kämpfen kann... Ah... Mach ich einfach weg... So... Können wir sie kaufen... Combine Accessoire... Was können wir denn... Alles kombinieren? Und dann... Empus... Entboost... Äh... Decoy... Anti-Sleep... Backup... Item... Tief... Könnte ich sogar nehmen... Hmm... 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 Turtle... Ne... Kein Turtle mehr... Äh... Was haben wir hier... Ja... Aha... Auch hier... Stop-Tief... Hmm... 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 Item... Hmm... Hmm... Item... Ok... Hmm... wiem... Hmm... 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 Das Problem ist, ich kann hier nicht schauen, was die Ding bedeuten... Ich kenne nicht alle auswendig. Hmm... 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 Ich würde das hier mal nehmen, auch wenn ich nicht weiß, was Reckless Attack machen kann. Yes, Gentle Position, Stop Tief, STR Boost, Karze, Nähe, Gentle Position, Backup, Tail End, NP, da 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 da. Die hat sogar 6 Teile, Search Art, nehmen wir mal das, weil das 6 Fähigkeiten sind. So, das sind die 2 neuen, Anti-Blue, Flexible Charm, Stop Tief, Anti-Confusion, Random, Blau, okay. Aber ich mache erstmal die Tamax Teile. Stop Tief, Backup, Item Tief, High Power, Hospital, NP. Das ist eigentlich ein recht guter Teil, weil HP-Siphon ist glaube ich, HP abziehen und nach dem Kampf verhalten wir HP. Und wir verringern, oder wir verwenden weniger HP, was können wir da noch machen? End Boost, MP Boost, End Bonus, aber mit End Bonus werden wir schneller. Ja, HP von Anti-Sleep, HP von Escape World, also das würde ich gerne machen. Äh, HP und Bonus. Äh, HP kostet ab. Ähm, HP, also. Ja, mach mal. Äh, ne, wait. Bonus, Jubel, was? Äh, Random, Blau. Wo hat er diese Confusion? Hm. Oh, Rot-Wing. Kann ich das nicht kaufen? Äh, also das wird jetzt ein relativ langweiliger Park, glaube ich. Oh, Rot-Wing kann ich nicht kaufen. Pissen und Wien, ähm. Nehme die beiden mal mit. Spannende Blitz, Co-Bine Accessoires, Winner's Jewel. Das ist hier... Äh, äh, Skill EXP. Ah, frag welche war das jetzt? Äh, 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 oder wie heißt die Eagle Wing? Und Flexible Charm, okay. Lucky Head, Anti Blind, Anti Confusion, äh, Skill EXP. Ne, das würde mich an der Stelle mal interessieren was das macht. Können wir eigentlich wirklich machen. Weil das brauche ich wirklich nicht. Äh, wie sieht's Piersen und... Oh. Rock Ring, Venom Ring... ...Venom Ring... Ich kann schon mal was sprechen. Äh, nehmen wir das da. Winners Head Jewel mit dem hier. Dann haben wir zwei Eagle Rings. Und ein Black Ring. Das ist... 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 5 Teilen. Shark Card und Boost. GMP Boost. Und Bonus. Hm... HP Card? Ne. Okay... Dann... ... würde das wohl so sein, dass ich das jetzt so zu lasse. Equip... So, jetzt wird es interessant. Maya, Escape of Assurance, the search for odds during battle increases. Das könnte man eigentlich nehmen. Bei 10% Decreases sind die ganz... Ja, Eagle Ring. So, Klaveni, Search Art, dann komme ich, das AP Boost Equipment. Ah, okay. AP Siphon erhöht unsere Attacke. Skilly Revived at End of Battle. Mental Power und Enemy Attack. Okay. Lower Defense, Upper Def... Aber dafür können wir häufiger blocken. Okay. Reduce per Damage, given raised by 20%. Ja gut, aber Hit Rate Reduce, da muss ich mal schauen. Okay, when attacking... Blocks... Was? Blocks Stealing Skills. Okay. Dann machen wir es so. Card Zone, du bekommst hier auch Search Art. Und ich bekomme dafür hier den Reckless Attack. Also ich hoffe mal, das muss ich ausrüsten, ne? Anti... Antizipator habe ich... D-d-d-d... Habe ich nicht... Aber... ...pack ich mal drauf... ...154, das dauert ein bisschen... ...ähm... 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 ...ja gut, wir laufen eh zurück da gar nicht ganz an. Bis das, ähm... ... an der Stelle fertig ist. Ja gut, I'll buy it. Here are the realty wonnaient.. Wonnant sensors. I give up, are you really sure? Okay, you both doplinkoin. I saw that, but somehow. Okay, jetzt ist die Frage, hat die uns jetzt sehr ernsthaft abgezogen? Sword acquired, doplinkoin. Und was sagt sie jetzt? Ah, okay, sie sagt nichts mehr. Also haben wir einfach mal so eine Doppelmünze für 40.000 geholt. Ich hoffe, die ist glücklich damit. Und dann schauen wir mal, game to buy. Ich denke mal, Schwert haben wir nichts besseres. Was ist das? Ah, nee. Nee. Na, dann kann ich das hier abwählen. Plus zwölf. Plus zehn. Watt? Ah, Mega Charisma Boost. Na, Fire God, dadada. Ja, dann nehmen wir das einfach mal. Und den Rest haben wir E. So. Gut, equip. Du, 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 du. Wo bin ich? Da bin ich. Padded Louvre. Elegant Shelf. So. Du, du, du. Combined Weapons. Noxton. Fire Match. Hm. Das sind die, die ich ausgerüstet habe. Mal schauen, wie ich nehmen. Headwater. Blizzard. Banded Male. Aber da fehlt mir noch was. Okay. Gauntlets. Pism Guard. Schade. God Leggings. Und sonst nur. Okay. Maya. Hot Boots. Na gut. Ja, können wir da wahrscheinlich den Magna machen. Machen wir es gleich. Hops. Da kann nix dann. Warte. Nehmen wir mal das hier. Spider Spide. Das wäre interessant. Er hat leid. Aber ich glaube mit Gift kommen wir weiter als aktuell mit Wasser. Also das ist zumindest mein Gefühl an der Stelle. Wenn ich ehrlich bin. So, dann sind wir hier fertig. Und dann würde ich sagen, weil wir das Geld haben. Sagen wir noch Hallo zu Nils. Hallo. Hey. Und gehen mal ne Runde schlafen. Sachs Rodot. Heid you kicked out the bishop. Great job. Is it true that the bishop disappeared? That's great news. I have a... Do you want to stay? Na, natürlich wollen wir hier kurz ausschlafen. Weil wir sind jetzt hier bei 18 Minuten. Oder ja, eigentlich 17. Wenn man es genau nimmt. 17, 18, 17, 19, 17, 20. Ich könnte jetzt die Sekunden hochziehen. Mache ich aber nicht. Stattdessen speichere ich hier. Wir haben uns aufgerüstet. Haben ein paar Items bekommen. Und können jetzt weiter gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag noch. Ansonsten stimmt die Ansage fehlt. Wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Like. Kommentar oder ähnliches da lassen. Ihr wisst wie es läuft. Und damit auf Wiedersehen. Ciao.